Yay! Sieht fast so aus, als ob ne Menge Tintenfische kommen, um mich zu holen. Whatever. Ich dachte mir heute mal kurz, ich scheiß auf eine stabile Framezahl. Nein, ich wollte eigentlich sagen, auf meine Infozentrale, denn, keine Ahnung, ich hab ne lange Zeit nicht mehr einfach so mal zwischendurch Minecraft gezockt und da hab ich irgendwie gestern oder vorgestern wieder mit angefangen und bla bla bla. Das hier ist die Welt, die sich generiert hat und ich fand das so cool, dass man auf dieser Mini-Popelinsel hier startet. Also ich dachte, ich bleibe hier. Ich mach zwischendurch mal Ausflüge, aber im Prinzip will ich alles, was ich brauch, hier haben. Ich hab keine Ahnung, wie viele Tauchgänge mit einer Schaufel gemacht, mit einer Eisenschaufel wohlgemerkt. Also die zieht einen auch schön zu Boden. Hust. Äh, Tauchgänge gemacht, weil hier rund um diese Insel ist so viel Lehm im Boden. Ich bin, äh, ja, ein Lehmtaucher und irgendwo da hinten, wo genau dieses Viech da rumschwimmt, müsste irgendwo ne Spalte im Meeresboden sein, wo Lava ist und ne Höhle und keine Ahnung und... Oh! Der Baum ist fertig. Ja, was? Egal, ähm... Weiß ich nicht, baue ich jetzt hier meine Infozentrale? Ich weiß nicht, es ist das nächste Mal Infovideo wieder in meiner Infozentrale, wenn ich da mal weitergebaut hab, aber ich hatte grad Bock, euch mal kurz diese Welt zu zeigen. Und so, jetzt hab ich schon viel um heißen Brei rumgeredet. Es gibt ja ein Infovideo, also Infozentrale. Also, äh, gibt es wohl offensichtlich auch eine Info zu verbreiten. Ich tu das hier einfach mal so nebenbei, während ihr mir zuhört. Und zwar, äh, ist jetzt heute Donnerstag und, äh, dann ist irgendwann... Ja, wie heißt das? Dann ist Wochenende, ne? So nennt man das, glaube ich. Und, äh, ich wollte eigentlich nur mal kurz eine Uploadpause ankündigen, weil jetzt am Wochenende... Oh, cool, ich hab mir einfach mal die Ho kaputtgeschlagen. Ja, jetzt am Wochenende... Nein, Quatsch. Ich fahre jetzt nachher zu meinem Vater und ich nehme meinen PC nicht mit. Das heißt, ich komme definitiv nicht zum Aufnehmen und, äh, ich komme auch definitiv nicht zum Hochladen. Ich kann jetzt auch leider nichts auf Vorrat hochladen und freistellen, weil ich das alles noch rendern muss. Das tut mir ein wenig sorry. Also, bekommt ihr bis wahrscheinlich Sonntag erstmal keine Videos mehr. Danach muss ich mal sehen. Der Grund ist, dass ich nächste Woche Samstag, also nicht diese Woche Samstag, sondern nächste Woche Samstag, eine Französisch-Abschlussklausur schreibe. Ja, ist zwar ein bisschen früh, aber, ähm, ich bin einigermaßen gut in Französisch. Und ich hasse diese Dreckssprache und dieses Drecksfach so sehr, dass ich meine Abschlussarbeit habe vorverlegen lassen, dass, wenn ich da bestehe, des Rest des Jahres kein Französisch mehr machen muss. Das ist eine Ausnahmeregelung für mich und noch eine Klassenkameradin und... Ist halt so. Und dafür will ich halt am Wochenende störungsfrei lernen. Ich trampele jetzt über das Feld absichtlich rüber, das müsst ihr mal kurz checken. Ähm, ja, also... Wir... Ich werde mich jetzt am Wochenende zuklopfen mit Französisch, Grammatik, Vokabeln und smarten Redewendungen, um dann nächste Woche Samstag eine Abschlussprüfung in diesem Fach zu schreiben, um mich danach hoffentlich den Rest meines ganzen Lebens nie wieder mit dieser verfickten Sprache beschäftigen muss. Ich brauche die halt nur, weil wegen allgemeines Abitur und so, ja, zweite Fremdsprache, bla, bla, bla. Nochmal zur Zusammenfassung. Jetzt, ab heute Donnerstag bis Wochenende Sonntag keine Videos. Montag bin ich schon wieder bei Mutti, da habe ich schon wieder meinen PC. Äh, und dann gucke ich einfach mal, ob ich dann zwischendurch mal Zeit finde, was hochzuladen oder auch nicht. Oder rendern. Keine Ahnung, also genug auf Vorrat habe ich noch. Neu aufnehmen werde ich definitiv nicht. Wir sehen uns bis dahin. Tschö, tschö. Und, äh, ich weiß, jetzt heulen wieder einige rum. Deswegen zeige ich euch nochmal kurz den Seed für dieses Level. Ich lese ihn auch nochmal vor, falls man es in der Aufnahme nicht lesen kann. 1, 0, 6, 1, 2, 4, 6, 0, 0, 6. Das ist der Seed für dieses Gebiet. Ihr könnt auch einfach Riesenscheiß groß eingeben. Und zwar geschrieben, äh, so wie es jetzt da in der Anmerkung steht. Den Seed habe nämlich ich benutzt, um das hier zu bekommen. Äh, so by the way, da hinten ist ein riesiges Eismeer und da, in die Richtung bin ich noch nicht geschwommen. Ich glaube, da ist ein riesiges Meer, Meer und da ist Meer, Meer, Meer. Ja, das war's soweit. Bis dahin, ne? Ciao, Leute.